Vielleicht sind wir die Pioniere einer neuen Gesellschafts-Avantgarde, die geprägt ist eben von Wohlstand, Intelligenz, Ästhetik und vor allem aber auch Egoismus. Und ich gehe Seelenangeln, ja. Die Leichtigkeit, die doch im Hintergrund so wahnsinnig schwer ist. Wie gesagt, alles eine Frage von Organisation und Disziplin. Die Leichtigkeit, die wir im Hintergrund so wahnsinnig schwer ist. Die Leichtigkeit, die wir im Hintergrund so wahnsinnig schwer ist. Ich möchte etwas, und wir hinterfragen eigentlich auch generell nicht die Wünsche. Wenn der Gast das möchte, dann organisieren wir das auch. Sollte der Gaststuh die Leichtigkeit, die Leichtigkeit, die Leichtigkeit, die Leichtigkeit, die Leichtigkeit und die Leichtigkeit... Untertitelung des ZDF, 2020 Sie können sich gar nicht vorstellen, wie leicht das für mich schon immer war. Ah, du kannst auch mal mit der Kamera so runtergehen. Ah, du kannst auch mal mit der Kamera so runtergehen, wie leicht das für mich schon immer war. Ah, du kannst auch mal mit der Kamera so runtergehen, wie leicht das für mich schon immer war.